was jack damit vor hat so weiter geht es ja das problem ist auf die stadt aufpassen solange ronald fort ist dort halten sie ronald fest wenn du sie überrascht hast du einen echten vorteil auf kala kommen wir können rüben ich kann man so auf karl das ist ein blad schad von übeln gesellen du solltest etwas trainieren bevor er es mit denen auf die hausse ich bin da bin ich wieder hey ich hab mir aufnahme gescheitert und so weiter gelaufen schon entschuldigung entschuldigung wo nicht ist meine frau drüben bei dir ja ich habe es gewusst wo geht es denn mal weiter wo muss ich überhaupt lang verwehrung des todes also ich bin dafür dass ich die bekomme die röder geld also dafür bin ich jetzt ich nehme diesmal ich bin schon da ich bin schon da die schießt schön schnell es war ungenauer als nos sein zeitangaben aber bei fünf minuten war es einfach mal zehn minuten was er hat gesagt drei minuten ja also zwischen drei und fünf minuten ich habe mich dreimal umgebracht in der zeit im spiel das habe ich auch gesehen ist cool muni muni ich brauche muni solltest du lieber mal das ding hier das schild ist gut was hier drin ist das ist ein booster schild der schild booster regeneriert 25 oder 20 prozent des maximalen schildes ja im moment habe ich ein empfehle schild mit 56.000 drin mit schaden plus 13.000 und verstärkte minus minus 12.000 wenn voll wenn voll und voll er das kannst du mittlerweile momentan vergessen achte mal drauf wie viel du wie viel munition wie oft du holle schild hast die frau sitzt jetzt echt drüben bei dir und lässt hier auf dem balkon lässt die balkontür offen und lässt hier die scheiß kerze brennen oder was ja jetzt ist der menü ich ich muss hier gerade ich muss ich muss gerade mit zwei mädels gerade das diskutieren und eine davon heißt alexa und die versteht die andere nicht klar mit ist das ein ernst ok killer ich bin wieder in sanctuary sei vorsichtig die bloodshots lagern überall um den damm herum besorgt ihr ein gefährd das ein paar kugeln abfängt ja gut also wir müssen es machen aufgezeichnete nachricht beginnt aufgezeichnete nachricht endet du hast das happy pig mutter gefunden was die bloodshots haben den laden ordentlich aufgemischt nachdem roland sie aus sanctuary vertrieben hat wir müssen zusammenlaufen ja das ding hier ist einfach ja aber wir müssen zusammenlaufen wir schaffen das nicht alleine schaffst du es nicht mehr ja dann können wir bully mungs klatschen mit af kali mit af kali das ich jetzt es fehlt halt eine damage ja ganz ehrlich notfalls kill ich jetzt gleich um tatsächlich weil ich brauche ich hierbei jetzt nicht mehr gegenhallen ja das ding ist ich würde ja auch gern ums gehen und mal richtig den richtigen damage rausholen aber dann crash das spiel halt jetzt zu vieles diese rex jetzt auch noch mehr dazu das ist normal die sind ja schon wieder ja ganz ehrlich zur not verbissen wir uns halt gleich nach sanctuary dann skil ich um ja das problem wie gesagt ich würde es ja auch ich kann es probieren aber wenn das spiel abstürzt ist halt so ja das macht keinen sinn alter das macht keinen sinn da hast du es weckt ne komm dann verpissen wir uns noch sanctuary ich versuche es jetzt wenn er spielt crash muss ich halt nochmal wieder reingehen dann müssen wir nochmal um weil wir brauchen den damage output wir haben keine power ohne power kommen wir ja nicht weg da müssen wir ja mit dem auto hier raus wir haben gar keinen wir können kein auto halt was ist doch na ja scheinbar funktioniert es auch ohne ja das funktioniert ohne power gut ich gehe jetzt auch um ich gucke jetzt auf die damage wir müssen irgendwie von diesem planeten weg ist zwar ein bisschen teuer bin zwar jetzt ja pleite aber scheiß drauf ja ich bin unter einer million dann machen wir mal so dann mehr schaden auf kobe weiter was was frage ist wenn ich jetzt anachina zu packen will ich jetzt anachina zu beinem stillung packen ja was drauf dann muss ich ums gehen wenn du überhaupt fertig bist äh ich möchte mal eben den dann äh was das testen und das muss da musst du mal eben her halten wenn ich mir raus fliege dann sehe ich das nämlich direkt in diesem anzug immer noch ziemlich ordentlich geil so ich kann euch jetzt natürlich nur nicht wieder hoch holen alles gut ist halt so wenn ich in die stadt einnimmt bin ich der erste ja weiß ich ist okay obwohl doch jetzt jetzt kann ich euch wieder hoch holen ja gut das ist halt das ist zusatz wenn der damage aber ist wie gesagt wenn du fertig gespielt hast sag mal bescheid ich möchte mal im duel machen gucken ob das spiel crasht ja machen wir gleich ich hab anachina plus ja plus eingestreuter ausbruch das könnte nämlich jetzt ein bisschen too much sein also ich nehme ja schon mal nicht die dings die ähm wie hieß die schoddy ich weiß was ich meine schieß doch die ganze welt an wie hieß die conference call ne die äh schießt die ganze welt an ist nicht confidence call ne 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 stimmt pingen wir sie doch alle einfach gleichzeitig an so war das genau pingen wir sie doch alle an ja gleichförtig ja aber ja die will ich nicht nehmen weil dann crash das spiel definitiv weil der damage nicht testen kann alter das kostet hast du ja ich will nur mal ihn testen gut gekämpft es spielt sie ja es hält es hält ja upsie ups das war ein Schuss aber das Spiel hält ja aber es war ja auch nur ein Schuss ja hoch hoch für pvp ist ja ist ja ist ja schwierig auszulegen ach ja scheiße weil wir dieses kratzen am Arme das biegst jetzt ein bisschen upsie aber ein Schuss mit Crit wir haben die neue Ausgabe von Achtung Einmeldung ja ich habe gerade 20.000 Leben verloren ich nicht also ich habe glaube ich 10.000 verloren alter das ist ein Booster schild oh mein gott das ist ja richtig krass das Schild ich habe ja Immunität gegen Elektroschocks das Melee ja das Melee das ist gut aber ich habe ich habe Leben ich habe plus Leben das gerne ich will machen nein nein du musst dir mal das Goat Robe Booster Shield angucken das hat einfach eine Kappa von 70 ja aber ja das hatten wir es ja eben nicht verstanden weil die Schildnahme bei Schadensnahme einen Schildbooster zu verlieren und du hast so und ein Robe Booster Schild hat immer mehr Schild als gleichlevel ja ja mein jetzige Schild bin ich mit 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 53k also dementsprechend 45k plus 14.000 Leben plus mein Passive bin ich bei 45.000 Schild meine Passive nicht mehr da ist 0 Schild eingebüßt das war das ich bin gerade am überlegen ob ich das auf das auf das Booster Schild gehe ich weiß nur dass wenn das jetzt funktioniert mein Damage halt gehen gegen Nord gehen Alter also das ist ja wow aber da hätte ich jetzt nicht gerechnet dass das denn so krass ist gerade ich habe zwar keine Kohle mehr ja ja komm weißt du was ich nehme mir das einfach mit ähm achso ich darf dir meine Sachen gar nicht hinschmeißen ne nein schade also doch du darfst sie hinschmeißen doch es ging nur um die Kiste ach so ja das ist nicht aus der Kiste ich brauchst es nicht nachher ui das ist aus der Kiste das ist nicht aus der Kiste das ist aus der Kiste du hast ein Schild mich doch so übelst mich doch so übelst drüber aufgeregt habe wir haben doch nur scheiß aus der Kiste gezogen nein ich nicht ich nicht tatsächlich nicht ach ja ja danke und wenn es aus der Kiste war muss ich es halt wieder entfernen ne äh Kiste war es nicht kannst du aber kannst du aber bei dir nachgucken ja ich habe aber jetzt keinen Bock dazu und ich habe ja die Fähigkeit ja wenn ich nachlade das funktioniert aber auch wenn ich down bin ich habe jetzt folgende Sache bei meinen Waffen geändert ich habe Kuri Feuer Elektro und Raw mit der Lady fest gut ich bin auf Slack auf Feuer also ich habe jedes Element mit so ist es nicht aber ich kann ja nicht alles gleichzeitig tragen das ist scheiße ich habe auch jedes Element ich habe immer ich habe immer immer einen äh vollen Rucksack immer das habe ich nicht ja ich habe 32 ich versuche immer mindestens so 10 bis 15 Slots freizulassen ich habe nicht einen Platz man aber wir müssten ach ich verkaufe jetzt ich verkaufe jetzt auch blau und so weiter ist mir gar nicht verkauft ähm äh ich habe so viel blau in meinem Rucksack ne also mit äh äh namen ne miss moxys ruby level 42 bye 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 level 42 ja das ist diese hiepistole aber so die markiere ich mir mal eben die ich unbedingt behalten muss weil sie bestimmte Effekte triggern so zwischen den Mädels ist geschlichtet ich bin wieder da äh 48 die kommt von Kornos behalten die habe ich nicht mehr benutzen die muss ich ins Lager packen ja moin äh ja ich bricht ein Gewinn check wir holen dich ja bei meinem neuen Damage holen wir dich definitiv ey ähm ja genau so ja äh wir haben umgeskilled ihr habt umgeskilled inwiefern habt ihr dann umgeskilled wollen wir ein Duell machen äh wo bist du denn da ja warte doch aber auf der anderen Seite bin ich hier wollen wir ein Duell machen spielen wir ein Schuss what the fuck ein Schuss und das war meine äh meine letzte Male Male World alter okay da hat sich aber einiges getaunt nein ich hab die angestaute Energie wieder reingenommen ah okay cool das ja ich hab wir haben darauf gegambelt dass das Spiel nicht crasht ja und äh ja ja wir hoffen jetzt auch wenn man darauf dass es funktioniert das wird funktionieren aber der Damage wird jetzt extrem sein weil das ist also ich wenn ich einmal schieße den Gegner tötet dann ist das Ding natürlich weg aber ich mache ja dennoch mehr Schaden weil die sich ja sammelt nur keine Eile nur keine Eile mein Mann hat mich geschrieben wo bist du äh ich müsste dann tatsächlich eigentlich auch umskillen sowieso du bist doch auf der Mensch schon die ganze Zeit ähm nicht so ganz nicht so ganz aber so funktionierte das ich bin da wo du nicht bist mein Schatz ja dann macht das nächste Mal wenigstens noch äh die Balkontüre richtig zu und das Licht aus dann macht beim nächsten Mal wenigstens die Balkontüre zu äh zu und das Licht aus die Kerze auf dem Balkon Kerze Kerze haben wir mit dem Leben auch durchgespielt können wir jetzt weiter zocken ja nos muss umskillen hat er gesagt ich warte ja ja alter ist der Himmel schön gemacht hier Lust auf ne Runde Sparring? Interessant du kannst nicht oh du slagst mich nebenbei das ist ja schön ich kann dich nicht hochziehen ne ne geht nicht du kannst mir aber den Effekt aufbrummen und du hast mir ungefähr 50.000 Lebensschaden gemacht plus 20.000 oder 30.000 Schildschaden mit der Fähigkeit aber wer benutzt deine Fähigkeiten im Duell was bist du denn für einer soll ich DeathTap holen? bitte nicht mein DeathTap ist auch ein bisschen böse geworden ja gib mal her dein mein DeathTap mein DeathTap wird zu haben ja warte geh mal her das wird geil ah ein Duell das reicht's natürlich wieder nicht aber du siehst dass ich ihn Farben geben kann ich hab's gesehen schön aber wenn ihr achso wir kämpfen ja noch lol ich denk grad so die ganze Zeit so hä warum einmal Facelocken einmal Sniper in den Kopf ja ich hab ja auch nicht geschossen aber ja mit Elementwaffe auf DeathTap schießen kriegt ihr jetzt dieses Element ja ist doch geil mach mal an die dumme Sau hat Cooldown ja DeathTap hat mit der höchsten Cooldown das Spielts ja meine ist extrem und das weitere das Problem ist äh meines geht's für den Cooldown Reduction kommt erst in 6 Level ok ne ich hab abklinkt seit 13 Sekunden ich weiß nicht wie das Stammler ist da ist er wenn nicht du ich darf nur er ist ja lächerlich aber grün fänd ich dich geiler alter ne im blau nein eigentlich in rot guck dir seinen Rasengarn in der rechten Hand also von ihm aufs rechts an sein Rasengarnhände im blau ist er immer noch geiler ja schön da der Schidori alter grün ist halt einfach noch kotzig aber ich hab keine Slackwaffe gerade ausgerüstet toll muss ich mal eben schnell machen so richtig schön Schidori alter Schidori ich hab keine Slackwaffe Leute toll ich hab keine Slackwaffe mehr sehr gut so ja hat hat er wer der ja jetzt umgeskillt achso ich hab meine Nachhaltigkeit hier noch mal ich hab umgeskillt hast recht ja mal gucken ich weiß noch nicht also ich hab's nicht hundertprozentig umgeskillt bekommen natürlich nicht du bist ja auch noch nicht du bist ja auch noch nicht ansatzweise äh lass die Nebenquest machen wir müssen sie machen weil brauchen wir eben wir brauchen Strom Strom sagst du ne brauchen wir nicht ohne Strom geht hier gar nichts nein theoretisch bräuchten wir es nicht ja ja den hält und die Rags sind immer sauer ja dann auf ich die Viecher ach ja und äh meine Fähigkeit Slack meine Fähigkeit macht einfach alle Elementareffekte ja meine auch ich krieg einfach alles ab ja läuft doch schon wieder viel besser ich bin One-Trick-Pony also ein Schuss und dann ohne weg ja so muss das das ist Schaden wieder du hast das Getriebe was Mann diese Getriebe sind hier der zügellose Schrei der Katze äh falls du diese pandoranische Redzahn kennst steck das Ding ein ich weiß zwar nicht was mir treu ist aber ich fahr mit dem Maul mach das du kannst die ganze Zeit 19k da steig ich aus ich weiße die ganze Zeit Kein schlechter Anfang. Letztes Anarchie angesagt. Bleib doch jetzt hier, hat doch keinen Sinn. So, hat er so jetzt da hinten. Ja, mein Schaden ist noch nicht. Wie gesagt, ich kann alle 5 Sekunden mal großen Schaden ausrichten. Alter, du wirst ja Ewigkeiten laufen, was ist denn das? Na? The fuck? Yippie! Der Kondensator. Ich wette meine letzte Niere, dass in der Pulver deine Sicherung steckt. Was? Öffne einfach den Sicherungskasten und schnack dir das scheiß Ding. Oh, verdammt! Es scheint, die Skeks haben den Kondensator dieser Dampfpumpe verputzt. Knall die Viecher ab, bis eins von ihnen das Ding ausspuckt. Das sieht doch ganz nach der Sicherung aus, die ich gesucht habe. Kleine Frage am Rande, findest du es seltsam, dass ich mitbekomme, wenn du etwas aufhebst? Wusstest du, dass ich dich auf dem Klo beobachten kann? Moment, klang das jetzt schräg? Ja. Ich beobachte dich doch nur als Freund auf dem Klo. Egal, steck das Ding ein. Alter, ich habe schon wieder die Hälfte vom Level durch. Ich auch. Ja. Aber die tollwütigen auch nicht gut gehen, ne? Ich muss dir unbedingt einen extra Arm bauen. Nur für High Fives. Und die Quests gibt es halt auch noch richtig gut, ne? 14.000. Oh ja. 25% Leben abziehen mit einem Schuss. Oh, diese tollwütigen gehen mir ja so auf den Piss. Ja. Aber die geben halt scheiße für Erfahrung. Trotzdem gehen sie mir auf den Piss. Ich muss noch eine Waffe haben mit richtig viel Schaden. Dann klappt das nicht. Ach ja. Kein schlechter Anfang. Halt durch. Ich bin bei dir. Ich habe noch so nicht getroffen. Nice. Nein, aber du hast das Ding hochgehoben und den konnte er dann töten. Ich habe sie genau richtig gemacht. Kass auf. Der ist da. Buckt. Der soll da sein. Nur noch eine Raw Damage Waffe und dann klappt das. Schalt sie rein und lass die Funken fliegen. Buckt drauf. Und. Das schwarze Trend sollte jetzt wieder Power haben. Aktiviere es. Es dürften jede Menge neue Jobs für dich da sein. Catch a job. Ähm. Impulsgranate. Implosionsgranate mit fast 100k aufs Leck. Ich weiß nicht, wer von euch Impulsionen benutzt. Einer von euch beiden nutzt das. Das weiß ich. Nicht so wirklich bei mir. Ja, dann ist es Purschi. 94k ist schon ordentlich. Ja. Äh. Problem ist, zwei Impulsionen ist immer scheiße. Weil. Ne. Du wirfst eine Airwaffe, eine. Du ziehst die eine in Richtung. Und dann zieht er die auch mal weg. Äh. Ich hab ja die, äh. Die Homie. Die, äh. Bomblet. Ja. Die heilen? Die heilen? Oder die? Die heilen? Äh. Die heilen? Granatenschaden. 15.000 x 8. Nein, der Effekt. Das war's. Oh. Der Effekt. Der Effekt. Der Effekt. Ach so. Äh. Du meinst, äh. Ja. Falsch verstanden. Spawn einer Anteil Bombs. Die Feinde suchen. Suchen. Und beim Aufschlag Gesundheit abziehen. Ja. Das sind die heilen Granaten. Sorry. Ja. Die hab ich auch. Sorry, das hab ich jetzt falsch verstanden. Die hab ich auch. Scheint keiner da zu sein. Fahr einfach ran und hupe. Vielleicht wird das ja gar keine große Aktion. Nope. Dann fahr mal hin und hupe mal. Ja, ich lauf hin. Und hupe. Was? Ja, du hättest halt, wir hätten keinen Strom gebraucht, ne? Wer du hast, kannst halt hier auch wollen. Ja, ja, ich öffne das Tor. Halt, ihr Idioten. Das ist Geiz von unseren Fahrzeugen. Die wollen die Geißel befreien. Auf nach de Dust. Ja, ja. So, kommst du nicht in den Damm rein rein rein. Die Bloodshots lassen dich nicht rein, wenn du nicht in den Truck ankommst, der wie einer von ihren Auer sieht. Ja, ich hab kein Fahrzeug. Ja, ja. Brauchst du doch nicht. Ja, ja. Bojo. Ja, doch, brauchst du. Ja, wie kann ich eins von? Eigentlich hier im Bedachs angekommen. Junge, du hast doch nicht mal gedacht, dass wir nach Bedachs sollten. Ja, ja, alles easy, alles easy. Verdammt, ich hätte die Sprungsscheid zu nehmen aus dem Weg. Ja, fast. Das war sie. Oh, ich hab Hunger. Hey, das war super. Super. Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen. Stimmt. So. Aber. Ja, genau das hab ich mir auch grad gedacht. Ich bin dafür, wir machen jetzt. Wieder zwei Wochen Pause. Mal wieder zwei Wochen Pause, alles klar. Ja, ne, eine Woche. Ja, ich denke mal, wir ums Viertel nach, wir ums Viertel nach 12, das reicht. Ja, wir waren ja auch, wir hatten ja auch hier mehr AFK-Zeit heute als alles andere. Ich brauch grad sagen, sorry, das war jetzt auch nicht so wirklich geplant, dass wir da so viel Pause zwischendrin haben. Kann auch. Drücken wir dafür noch hin rein. Du bist schuld. Ja, ist schon mir leid. Oh, hier gibt's eine, äh, äh, eine Schrapnell-Kugelhage. Ach, Jumel. Nein, ich wollte. Was ist los? Ja, ich war zu mir mit dem Kopf kurz noch hin. Also, wieder da ran, aber genau so. Ich komm da nicht hoch, schade. Kopf stehe ich hoch. Ich wollte mit dem Auto da hoch. Egal, dann mach ich das so. Egal. Los, komm hier rein. Los, komm hier rein. Los, komm hier rein. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Finde ich das. Ja. Und gehst du wieder raus? Das eben. Mhm. Ich wollte das Auto da reinsteilen. ja er kennt den trick jetzt wollte ich gerade rein gut alles klar genug gespielt halt ich guck noch bei den shops nach weil wir leben ja nur von shops ist hier drin ach du kommst du kommst aber nicht so doch hallo hier ist ein amplify schild beim shop ja 52.000 tagesangebot plus 17.000 plus schaden es meint tatsächlich besser wenn auch nicht viel gut gut dann aber kost dann machen wir heute ja feierabend ich bin raus